Hallo und herzlich willkommen zum ersten und wohl auch einzigen Beitrag für das Programm Crazy Bump. Mein Name ist Annika Plotka. In diesem Beitrag möchte ich mal zeigen, wie man eigentlich recht schnell mit der Hilfe von Crazy Bump seine eigene Bump Map und andere Grafiken, die man halt eben zur Fertigstellung seiner eigenen Textur benötigt, erstellen kann. Hierbei arbeite ich im Moment mit der Personal Version, also die ist eben für den privaten Gebrauch lediglich gedacht, das heißt hiermit würde ich eigentlich nur meine Texturen oder die Bump Maps für die Texturen erstellen, die ich halt eben rein privat benutze. Für kommerzielle Dinge, also für die Sachen zum Verkaufen, verwendet man dann eine andere Version, die auch dementsprechend mehr kostet. Also auch diese Version kostet etwas, aber die kann man sich auf gleichnamiger Seite, also crazybump.com zum Testen einfach mal runterladen und einfach mal angucken. Okay, das Ganze sieht eben so aus, da kann man hier zum Forum oder bei der Mailingliste mit eintragen oder hier unten halt eben um ein Bild hinzuzufügen und ich wähle hier ganz einfach erstmal meine eigentliche Grafik aus, das dauert ein bisschen. Dann kann man sich die auch schon aussuchen und hier kann man sich entscheiden, was einem denn so besser gefällt. Entweder so oder so, ich wähle einfach mal hier dieses und das Ganze sieht momentan so aus. Dann hat man hier noch so ein Kügelchen, ich schiebe das mal ein bisschen weiter hier rein, damit man das sieht. Kann man auch schließen, wenn man das Ganze nicht benötigt und hat schon mal so eine kleine Vorschau. Ja, hier unten kann man halt eben, was man benötigt, also Displacement, zum Beispiel für eine Bump Map zu erstellen, würde jetzt momentan so aussehen. Ja, für so Glanzeffekte dieses hier oder halt eben das ganz normale Bild. Okay, dann kann man hier auch diverse Einstellungen vornehmen, also das Bild an sich noch was verbessern. Die Intensität steht hier auf 50, das Ganze kann man noch schärfen. Diese hatte ich jetzt zuvor schon in Photoshop geschärft, deswegen würde ich sie jetzt hier nicht mehr schärfen. Man kann Störungen entfernen. Ja, steht auf 0, kann man auch auf 100 setzen. Dann hat man eben gar keine Störungen mehr oder halt eben auf die Hälfte. Beziehungsweise nicht auf 100, sondern auf 3. Oder man entscheidet sich halt eben für irgendwas dazwischen. Dann kann man die Details noch herausarbeiten. Das steht jetzt auf 0, das kann man aber auch sehr hoch einstellen. Ja, die mittleren, die stehen schon auf 99. Die großen Details kann man auch noch herausarbeiten, wenn man das Ganze gerne möchte. Und auch die sehr großen Details kann man noch herausarbeiten. Dann, ja, Remove Shading, der jetzt so aus ist, ist nicht wirklich prickelnd. Ja, wenn man das so entfernt. Da wir die Tonwertkorrektur schon vorgenommen hatten, würde ich das einfach mal so stehen lassen. Man kann Highlights entfernen. Dann sieht das Ganze so aus, auch nicht mehr wirklich schön. Vielleicht entscheidet man sich für irgendwas dazwischen. Kann man einfach mal die Regler verschieben. Dann kann man das Ganze mehr nach 3D aussehen lassen. Ja, das wäre dann jetzt so. Vielleicht übertreibt man es hier nicht ganz. Und setzt das auf irgendwas. So zum Beispiel. Die Highlights dafür kann man hier natürlich erhöhen. Das sieht sehr unnatürlich aus. Kann man wieder was runtergehen, wäre mir immer noch zu hell persönlich. Und stellt sich das Ganze halt eben so ein, wie man das haben möchte. Und die Farbkorrektur haben wir hier nicht. Kann man noch vornehmen. Aber das hat man ja auch schon in Photoshop mit der Tonwertkorrektur. Das wäre jetzt das Farbbild. Dann kann man sich hier das Placement noch angucken, wenn man denn nur die Bandmap haben möchte. Da kann man dann hier zum Beispiel die Tiefe eingeben. Die steht auf 50. Noch weiter mehr herausarbeiten. Die Details. Sieht so aus. Und mit 100 eben so. Und wie weich das Ganze sollen soll, würde ich jetzt für eine Baumrindtextur nicht wirklich auf so einstellen, sondern vielleicht eher so. Das ist alles noch eingestellt von dem Farbbild an sich. Wie gesagt, schärfen würde ich hier nicht. Und so kann man hier halt eben die Bilder alle durchklicken, sich das alles hier einstellen, wie man das Ganze haben möchte. Und ja, entweder ändert man das Farbbild noch ab und speichert das auch ab. Dann klickt man hier auf Save. Und dann kann man wieder alles abspeichern, dass er alle Bilder direkt abspeichert, wenn man denn alle benötigt. Oder eben nur dieses. Und dann fragt er wohin. Da würde ich doch jetzt glatt mal sagen, ich mache da draus ein C B für Crazy Bump. Speichern. Klicke danach auf Displacement, weil ich dieses Graustufenbild hier haben möchte. Klicke auch auf Save. Und dann steht da nicht mehr Diffuse, sondern Displacement, weil ich das hier ausgewählt habe. Und klicke vielleicht auch auf 72 und mache da draus einfach mal Unterstrich Bump. Speichern. Fertig. Diffuse gucken, als was er das abgespeichert hat, habe ich gerade nicht drauf geachtet. Kann man natürlich hier noch die Ändung ändern. Unterstrich B. Und somit wäre man mit Crazy Bump bereits fertig. Viel mehr bedarf es hier eigentlich nicht. Hier kann man noch diverse Einstellungen verändern. Armaged Occlusion kann man hier noch anhakern. Oder die Textur, wie das alles zusammen aussieht. Oder man hakt eben einzelne Dinge ab, die man nicht benötigt. Da kann man sich das Ganze hier an der Kugel schon vorher angucken. Und dann hier, wie hätte man das Ganze denn gerne? Eher so. Ja. Oder in so. Ganz wie man es haben möchte. So würde man das eher nehmen jetzt für diese Baumrindtextur einfach mal zur Ansicht. Vielleicht ohne Glanz. Ohne dieses würde das Ganze so aussehen. Hat man schon mal eine kleine Vorschau. Ja, das war es von meiner Seite zum Thema Crazy Bump. Und ich denke, im nächsten Beitrag werde ich mich einfach mal View zuwenden und die Textur einfach mal hinzufügen. Damit man mal seine eigene Fototextur auf seinem Baum verwendet. Ich bedanke mich herzlich für das Ansehen meines Videos. die nächste seal optim ist. ich gehe deshalb auf den höchst. Vielen Dank.